Wie ist die Beziehung zum Wallis? Es ist eigentlich schon eine sehr lange Beziehung zum Wallis. Ich bin sehr, sehr häufig in Verbier. Das ist ja nicht so weit weg von da. Ich bin wirklich im Winter, jeden Winter, im Sommer zum Teil. Ich habe Partnerschaft in Verbier und auch mit einem Immobilienbüro, wo ich zusammen arbeite, das in Verbier ist. Seit eh und je, als ich bin, relativ viel im Wallis. Und also gerne immer wieder im Wallis zu Besuch bei dir? Auf jeden Fall, ja. Ihr seid ja etwas südlicher wie bei uns und das Wetter ist meistens noch etwas schöner. Und dann ist das sowieso gut, ja. Heute hier bei einem Sponsoranlass, Lattesso, euer Sponsor. Was ist das für ein Getränk? Ein gutes. Für mich ist das etwas sehr wichtiges Koffein. Und Koffein und Sport, das verträgt sich sehr, sehr gut. Also ich bin wirklich einer, der morgens Kaffee braucht. Und auch vor dem Fahren ist es wirklich so, dass ich Lattesso dabei habe und auch nicht mehr. Also es ist auch eine langjährige Partnerschaft, die ich hier pflege, die wir haben. Gute Zusammenarbeit und das ist wirklich zu empfehlen. Was ist denn so wichtig vor dem Rennen als Getränk, dass man wach ist? Ja eben, Koffein schlussendlich, das hilft mir. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo man vielleicht nervös ist, aufgeregt ist und ein bisschen muss eher oben runterkommen. Also es gibt die Einrichtung und die Einrichtung. Und da muss man halt selber herausfinden, was hilft, wenn man am meisten. Aber in deiner Saison hat es bis jetzt das Glück getan, oder? In dieser Saison hat es bis jetzt das Glück getan, mit dem Lattesso, genau. Hier im Wallis, allerdings im Kanton, war der Motorrensport nicht gerade so unbedingt der Sport Nummer 1. Warum macht das das? Weil die Skifahrer vielleicht näher ist, da hier, ich weiss es nicht, das könnte sein. Ich meine, es ist sowieso in der ganzen Schweiz nicht einfach als Motorradrennfahrer. Wir haben keine Rennstrecke in der Schweiz und das ist immer wieder ein Thema. Dadurch sind wir halt immer im Ausland unterwegs mit den Strassendörfern für auf diesen ganzen Rennstreckinnen. Und in der Schweiz haben wir schlussendlich gute Presse, gute Medien, aber es ist schon immer ein bisschen ein Kampf, das ist richtig. Aber wenigstens ein Wallisergetränk unterwegs bei dummen Leuten auf der ganzen Welt. Richtig, genau.